Die gruseligsten Dinge gefilmt mit Autokameras. Ihr glaubt mir nicht, dass es gruselig wird? Hoho, hohoho. Ich wette, du schaffst es nicht, das Video ganz anzuschauen. Traust du dich? Beweis es. Die gruseligsten und verschönsten Dinge gefilmt auf Autokameras. Wir fahren eine Straße hoch. Oh mein Gott, da sitzt ein kleines Mädchen. Was zur Hölle? Ah, ah. Ah, ah. War das ein Geistermädchen? Ja, das ist kein Problem. Brother, no freaking way. Du fährst da im Wald eine Straße hoch mit einer Kurve und auf einmal sitzt da ein Mädchen. So Geistermädchen. Auf der Straße, was machst du? Ich meine, hältst du an und sagst so, hey. Oder fährst du, drehst du um, weil das könnt ihr auch jetzt so. Es gibt ja auch Leute, die dann mit Absicht da jemanden hinsetzen. Und auf einmal brechen die bei dir im Auto ein oder sowas. Also je nach Land, wo du bist, würde ich entweder anhalten und fragen, ob es dem Mädchen gut geht oder weiterfahren, weil du höchstwahrscheinlich gleich abgestochen wirst. Wir sind jetzt auf einer Autobahn und anscheinend soll etwas geisteskrankes gleich passieren. Und dann, die bremsen. Es ist ein Geisterfahrer. Ach, du heilige Kacke. Nein. Alter, sowas habe ich noch nie gesehen. Oh, warte, da geht es noch weiter. Bruder. Da, anderer Blickwinkel nochmal. Guck mal. Was zur Hölle? Wow. Zum Glück ist niemandem was passiert. Wie gruselig muss es sein, wenn auf einmal einfach auf deiner Fahrbahn jemand entgegenkommt? Bruder, was ist so dringend, dass du Geisterfahrer machst? Oh, oh nein. Magdalena. Verdammt nochmal. Ich habe meine Weißwürstel in der Pfanne gelassen. Wir müssen umdrehen. Wisst ihr aber, was auch gruselig ist? Dass 70 Prozent, die dieses Video schauen, den Kanal noch nicht abonniert haben. Leute, wenn ihr neu seid, drückt kurz auf Abonnieren. Es dauert eine Sekunde. Okay, komm. Okay, jetzt ganz genau zuhören. Er sagt, da drüben läuft jemand oder etwas. Irgendjemand oder irgendetwas läuft da, sagt er, oder er versucht es für uns zu filmen. Das ist irgendwo und nirgendwo. Er ist auf der Straße. Er sagt, wo ist er hin? Er ist anscheinend weg. Er sagt, er steht unter dem Schild da einfach nur. Oh, ist das creepy. Warte mal. Wenn da jetzt wirklich jemand steht. Boah, ist das gruselig. Oh mein Gott, der versucht dann reinzugehen ins Auto. Oh, der hat irgendeine Maske auf, guck mal. Ach, ich bin froh. Bruder, alter Schwede, ich könnte nie wieder Auto fahren. Ey, der macht, das ist das, was ich vorhin meinte. In anderen Ländern ist es nicht so wie in Deutschland, dass du nachts da so rumfährst und dann ist so okay. Bruder, da fährst du nachts rum und die machen mit Absicht irgendwelche absurden Dinge, damit du anhältst und die dein Auto aufbrechen können und dich beklauen können oder dich empführen können oder was auch immer. Alter, das ist so gruselig. Ich würde einfach sagen, nein, Jimmy, bitte gehen Sie weg. Ich habe keinen Platz mehr frei, mein Auto ist voll. Dann würde er sagen, hey, da sind doch alle Sitzplätze frei. Ich sehe es doch, dann würde ich sagen, Knautze, aua ab. Okay, dieses Video wurde 2012 in Russland gemacht. Oh, wieder sowas, was ich meinte. Nein. Das ist eine Falle. Ich habe es euch gerade gesagt. Alter, ist das krank. Also, das war alles gefaked. Dieser Baum, der umgeflogen ist und diese ganzen Flaschen, die perfekt aufgestellt wurden, das ist mit Absicht so, dass du als Autofahrer alleine aussteigen musst, das alles wegräumst. In dieser Zeit, habt ihr gesehen, kommen von hinten diese Menschen. Die waren aber zu langsam. Und wenn diese Menschen dann kommen, dann brechen die bei dir im Auto ein, die nehmen alles mit, die empführen dich, die nehmen dein Auto mit, die nehmen egal was mit und dann ist es vorbei. Brother, das ist so geisteskrank gruselig, weil es einfach wirklich jeden Tag passiert. Wirklich jeden Tag. Und das sind echte Aufnahmen, keine Fake-Aufnahmen. Okay, um 19 Uhr abends fährt jemand mit dem Auto neben ihm und da sitzt jemand drauf. Das ist eine Frau drauf. Ist das ein Geist? Ist das eine Illusion oder sitzt da wirklich jemand? Der fährt anscheinend 50 kmh. Guck mal, auf einmal erscheint da eine Frau. Oder auf einmal erscheint da eine Frau. Was? Die bewegt sich auch. Das ist sie anscheinend. Wie sie später runtergestiegen ist und versucht ist, die Tür aufzumachen vom Auto. Was? Guck mal, jetzt ist sie weg. Ey, okay, ich weiß nicht. Also, was zur Hölle war das bitte? Was war das? War das eine reale Frau oder war das ein Geist? Brother, warum sitzt eine Frau hinten auf dem Auto? Warum? Ist das ihr Auto und es wurde geklaut und die sagt, nee, ich setze mich jetzt da hinten drauf, dann wäre das dumm. Ist das ein Geist, der einfach das Auto heimjagt und heimsucht und den erkennt man nur mit verschiedenen Blickwinkeln? Wer weiß, wer weiß. Ich weiß nur, dass es so seltsame Videos gibt und ich absolut kein Auto mehr fahren werde, weil ich absolut vielleicht mir ein bisschen gerade die Hose geschissen habe. Warte. Okay, der Truck-Driver fährt irgendwo in der Wüste. Ach du Kacki, er dachte, da wäre ein Sandsturm. Und das sind alles Heuschrecken. Was? Das sind alles Heuschrecken? Boah, der fährt in einen Heuschreckensturm rein. Guck mal. Wie geht denn das? Wie gibt's denn sowas? Wow. Alter. Stell dir vor, du musst da durchlaufen. Was machst du? Was machst du, wenn du da durchlaufen musst? Bruder. Was machst du? Also da kommen ja überall die Heuschrecken, die fliegen dir ins Auge, ins Gesicht, ins Ohr, in die Nase. Überall rein hast du Heuschrecken. Dann sitzen die da überall so und knabbern an dir und kacken so auf dich und so. Boah, ist das schlimm. Oh, Gottes Willen, ist das eine schlimme Vorstellung. Um Gottes Willen. Oh, ich weiß nicht, Bro. Alter, würdet ihr da durchlaufen, wenn ihr müsst? Okay, ihr kommt da nach Hause. Nur wenn ihr da durchlauft, würdet ihr machen? Blend dann nochmal das Video ein, während ich so sage. Oder würdet ihr umdrehen und irgendwo anders hingehen und ein neues Leben anfangen? Ich würde ein neues Leben anfangen. Zurück, da gibt's nix. Du feitierst einen Mann und seine Frau, auf dem Weg in Indien. Wir sind in Indien. Ein Mann und eine Frau fahren zurück zum Irrenresort. 22 Uhr. Nach 10 Kilometer haben sie gesehen, dass sie ihre Ausfahrt verfehlt haben. Sie sind komplett weg von der Zivilisation. Auf einmal sieht man eine Frau, die komplett weiß trägt. Guck genau hin. Irgendwo am Straßenrand. Die sind meilenweit weg von der Zivilisation. Von allen Städten. Mitten in der Nacht. Da ist nichts in der Nähe. Und da läuft diese Frau da einfach links vorbei. Nein. Nein, 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 nein. Da bin ich raus. Da bin ich raus. Das Letzte war das Gruseligste. Nee. Da bin ich raus. Boah, da bin ich komplett raus. Schau mal, da ist nichts. Da ist nichts. In der gesamten Umgebung. Also, nee. Bro, keine Ahnung. Das Letzte war ein Geist oder... Ich weiß es nicht. War das Letzte ein Geist, eine Gestalt, eine gruselige Figur. Wenn es euch gefallen hat, Leute, wenn ihr öfters gruselige Videos wollt, lasst ein Like da, okay? Lasst ein Abo da, falls ihr neu seid. Ich gehe mich jetzt zudecken, okay? Tschüss, bis morgen.